Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, meine sehr verehrten Kollegen von der Opposition, Sie werden jetzt überrascht sein, aber ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie diese beiden Anträge gestellt haben, die heute zur Debatte anstehen, weil diese Debatte uns die Gelegenheit gibt, manches zurechtzurücken, was aus meiner Sicht in den letzten beiden Tagen vollkommen fehl dargestellt wurde und mit einem aufzuräumen, nämlich dass Sie einen Umstand skandalisieren, nämlich die Sammelabschiebung, die am Mittwoch stattgefunden hat, die überhaupt kein Skandal ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, der eigentliche Skandal liegt in anderen Dingen. Schauen Sie sich gerade hier in Berlin um, Schauen Sie sich den neuen Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Landesregierung an. Hier setzt sich die Landesregierung ganz klar dafür ein, Abschiebegewahrsam, Abschiebehaft auf Bundesebene abzuschieben, obwohl es in der Regel täglich vorkommt, dass abzuschiebende Personen sich verflüchtigen und am Tag der Abschiebung nicht aufzufinden sind. Sie haben nach wie vor in Berlin über 3.000 Flüchtlinge in Schulturnhallen untergebracht. Damit ist es Kindern und Jugendlichen nach wie vor nicht möglich, dem Sportuntern nicht nachzugehen. Hier wäre Handlungsbedarf gegeben. Das ist der eigentliche Skandal, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Abschiebungen sind ein wesentlicher Bestandteil einer konsequenten Durchführung des Asyl- und Flüchtlingsrechts. Die Rechtsfolge kann doch nicht die gleiche sein, Frau Kollegin Künast. Das kann doch gerade Sie als Vorsitzende des Rechtsausschusses. Wir müssen doch ein Interesse daran haben, dass es eine unterschiedliche Behandlung der Personen gibt, die ausreisepflichtig sind gegenüber den Personen, die ein Bleiberecht haben. Es kann doch nicht sein, dass Personengruppen gleich behandelt werden in der Rechtsfolge, unabhängig davon, ob sie anerkannt werden als Flüchtlinge oder eben nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Deswegen gehört die Ausreise derer, die ausreisepflichtig sind, die kein Bleiberecht bekommen, zum Gesamtpaket im Asylrecht. Und ich möchte auch einem deutlich entgegentreten, weil gerade auch von Seiten der Opposition in den letzten beiden Tagen immer wieder der Vorwurf insinuiert wurde, Deutschland wäre herzlos, Deutschland wäre inhuman, wenn diese Sammelabstimmung stattfindet. Ich möchte wirklich ohne Überhebung Deutschlands ganz klar sagen, kein Land neben Schweden hat sich in den letzten 15 Monaten so humanitär gezeigt bei der Flüchtlingskrise wie Deutschland. Deswegen ist dieser Vorwurf vollkommen verfehlt. Es muss einfach mit dazu gehören, dass wir uns offen gegenüber denjenigen zeigen, die schutzbedürftig sind, die Verfolgung erlitten haben, die maltretiert wurden, die geknechtet wurden, die teilweise vergewaltigt wurden. Gegenüber denjenigen ist Deutschland und muss Deutschland immer offen und aufgeschlossen sein. Aber zum Gesamtkonzept gehört eben auch, dass diejenigen, die kein Bleiberecht haben, unser Land dann auch konsequent wieder verlassen müssen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, derzeit befinden sich ungefähr 250.000 afghanische Flüchtlinge in Deutschland. Afghanistan steht nach wie vor auf Platz 2 der Herkunftsländer. Im Jahr 2015 sind über 32.000 Asylanträge von afghanischen Staatsangehörigen gestellt worden. Allein in diesem Jahr sind es bislang schon über 115.000. Die Anerkennungsquote liegt derzeit bei rund 50 Prozent, was bedeutet, dass ungefähr die Hälfte der afghanischen Antragsteller abgelehnt wird. Ihnen wird also weder ein Flüchtlingsstatus zuerkannt noch der Status des Asylbewerbers. Wir haben derzeit heute über 12.500 ausreisepflichtige Afghanen in Deutschland. Ich finde es deshalb sehr konsequent und ich bin auch der Bundesregierung und vor allem dem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass in den letzten Monaten sehr massiv die freiwillige Ausreise gefördert wurde. Es haben, und das ist leider auch in der Debatte bislang untergegangen, allein schon in diesem Jahr über 3.200 freiwillige Ausreisen von afghanischen Staatsangehörigen in ihr Heimatland stattgefunden. Das bedeutet eine Verzehnfachung der freiwilligen Ausreisen im Vergleich zum Jahr 2015. Die Bundesregierung und die Große Koalition unterstützt diese freiwilligen Ausreisen auch richtigerweise. Wir haben allein im Bundeshaushalt 2017 90 Millionen zusätzlich zur Verfügung gestellt für die Förderung der freiwilligen Ausreise und vor allem auch für die Förderung von Reintegration. Darum geht es doch ganz entscheidend, dass man den Heimreisenden auch die Integration ins Heimatland erleichtert. Dafür stellen wir auch entsprechend Mittel zur Verfügung. Es wird natürlich nicht nur bei der freiwilligen Ausreise die Heimreise bezahlt. Es werden 500 Euro pro Person zur Verfügung gestellt für Reintegration im Heimatland. Es werden Reisebeihilfen für die Reise innerhalb des Heimatlandes mitgewehrt. Ich glaube, Deutschland zeigt sich hier wirklich sehr human und auch sehr unterstützend. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, nun konkret zu diesem angeblichen Skandal, der vorgestern stattgefunden hat. Was ist passiert? Es sind 34 Personen abgeschoben worden, davon zehn einschlägig vorbestrafte Straftäter, die sich Delikte schuldig gemacht haben wie Totschlag, Vergewaltigung, Raub, Diebstahl. Ich bin der Meinung, es ist gut, dass die mittlerweile außer Landes sind. Ich möchte auch in aller Deutlichkeit sagen, es ist bei jedem Einzelnen der 34 eine umfangreiche Einzelfallprüfung durchgeführt worden, ob die Rückführung ins Heimatland zumutbar ist. Natürlich ist die Sicherheitslage in Afghanistan problematisch. Aber es gibt durchaus auch Gegenden, es gibt auch Städte, in denen man mittlerweile wieder gefahrlos und sicher leben kann. Ich möchte hier auch für die CDU-CSU-Fraktion ganz deutlich sagen, wir unterstützen unseren Bundesinnenminister Thomas de Maizière auch weiterhin nachdrücklich in dem Bestreben, dass nach dem Sammelflug von Mittwoch auch im nächsten Jahr weitere Sammelrückführungen stattfinden werden. Ich bin auch dem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er mit dazu beigetragen hat, sehr persönlich, dass ein Rückführungsabkommen zwischen Deutschland und Afghanistan zustande gekommen ist. Mein Appell geht abschließend ganz klar an die Adresse der Länder, sich selbst auch noch intensiver mitzubeteiligen. Es haben nur sechs Länder afghanische Staatsangehörige gemeldet im Rahmen dieses Sammelflugs vom vergangenen Mittwoch. Wir haben derzeit über 210.000 ausreisepflichtige Personen. Die Befürchtung ist, dass diese Zahl deutlich ansteigt, vielleicht sich bis zum Ende nächsten Jahres sogar mehr als verdoppelt. Damit dies verhindert wird, müssen weiterhin auch konsequent Abschiebungen durchgeführt werden, weil damit auch der Anreiz reduziert wird, sich weiterhin auf diesen gefahrvollen Weg nach Deutschland zu machen. Und, und das ist für mich noch ein ganz entscheidender Punkt, um auch das Verständnis und die Akzeptanz in der deutschen Bevölkerung für unser Asylrecht, das sehr human ist, auch wieder zu stärken und zu erhöhen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin Ulla Elbke für die Fraktion Die Linke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.